Das liegt hier schon länger. Hat ewig keinen Planetarsprung gemacht. Zum Glück haben es die Gefallenen nicht ganz ausgeweidet. Liegt es noch? Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Sicher ist Zeit. Um dich kannst du dich später kümmern. Jetzt geht's nach Hause. Nichts mehr übrig. Nicht einmal das Licht. Wo ist sein Geist? Wir gehen besser auf Abstand. Du bist interessant. Vielleicht nicht übermäßig, aber vielversprechend. Wer spricht da? Ich weiß nicht. Der Signalrichter hat. Alter, ich weiß, was du vorhast. Das ist mutig. Aber du hast hier draußen viele Feinde. Wo draußen? Geh hinunter und stell dich der Schar. Wenn du überlebst, finde mich. Signal abgebrochen. Ich habe nur Teilkoordinaten. Venus, nördliche Hemisphäre, Ishtargebiet. Toll. Und was jetzt? Wir gehen runter. Gut gekämpft. Du bist hier. Wir haben nicht viel Zeit. Wer bist du? Warum beobachtest du uns? Ich habe keine Zeit zu erklären, warum ich nichts erklären kann. Jawohl. Jawohl. Ich weiß. Jawohl. Was? Du warst nicht gemein, kleines Licht. Eigentlich bin ich ein Geist. Viele Hüter sind gefallen. Starke Hüter. Doch du hast es hierher geschafft. Ja, ich höre. Sie sind hier. Mit wem spricht sie da? Verstanden. Du brauchst meine Hilfe, Hüter. Hast du uns deswegen hergeführt? Sie führten uns her, die Vex. So böse, dass sie selbst das Böse hassen. Du bist kein Hüter. Nein, ich wurde nicht im Licht geschmiedet. Aber wo unsere Wege sich kreuzen, da könnte es krachen. Nein, ich wurde nicht im Licht geschmiedet. Mein Weg ist ein anderer. Nein. Wenn wir den schwarzen Garten finden wollen, brauchen wir die Erwachen. Ah ja, die Erwachen. Weit draußen, zwischen Licht und Dunkel. Man sollte sich für eine Seite entscheiden, kleines Licht. Selbst wenn es die falsche ist. Zu spät, ich komme. Wie viele? Position halten Triebwerk aus und lasst euch nicht finden. Also, wie finden wir die Erwachten? Sie leben draußen am Ende der Dunkelheit. Der letzte Ort, den das Licht erreicht. Können wir nicht hier bei den Killerrobotern bleiben? Nein. Kleines Licht. Bitte lass das. Die Erwachen und Donneheil. W은かge��ühle in einer Welt. Untertitelung des ZDF, 2020